Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Ich bin Loki. Nein, ich bin Loki und meine Frau ist auch Loki. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael. Donnerstagabend, 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus. Hier sind die Hero Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei heute in der Mitte Nerdizistin Lea. Hallo. Hi. Und von euch aus gesehen auf der linken Seite Nerdizist Michael. Ich grüße dich. Hallihallo. Grüße gehen natürlich auch wieder raus an unsere Freunde im Chat. Das freut uns wieder, dass ihr uns auch donnerstags die Treue haltet. Wir wollen heute sprechen über die Folgen 3 und 4 von Marvels, MCU, Disney plus Marvel Studios. Wir sind alle ganz verrückt. Loki. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt und diejenigen, die auch unsere spoilerfreie Kurzreizid zu Black Video schon gehört haben. Man merkt wirklich, dass Dinge in einer Reihenfolge geplant waren und wenn man halt so wie wir jetzt ein bisschen, also ich sage mal dem Casual Gucker wird es nicht auffallen. Aber wenn man wie wir halt so ein bisschen nerdig da drin ist, dann merkt man halt schon und man denkt sich so, das war glaube ich alles ein Ticken anders geplant. So fühlt es sich bei Black Video an. Darüber wollen wir heute nicht reden. Dafür könnt ihr unseren spoilerfreien Kurzcast hören. Aber wir wollen ja heute über Loki reden und Michael für den unwahrscheinlichen Fall, dass heute irgendjemand zum allerersten Mal dabei ist. Ja, weil er sich denkt, hey, in so eine Podcast-Episode fange ich einfach mal mit der dritten Episode an, weil das ist immer cool. Why fucking not? Because I can. So, da drückt ihr erstmal bei eurem alten Rechner Tower auf den On-Knopf. Wartet bis Windows hochgefahren ist. Sucht dann das Chrome-Symbol auf eurem Desktop oder meinetwegen noch der Internet-Explorer und gebt dann oben nerdizismus.de ein. Vielleicht landet ihr auf Google, vielleicht landet ihr direkt da drauf. Nerdizismus anklicken und da findet ihr im Prinzip alles, was wir haben. Alle Podcasts, alle Artikel, alle Sachen, die wir hier so tun, alle Social-Media-Gedöns. Schön alles aufgereiht. Die ganzen Links könnt ihr anklicken. Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Das Wichtige ist aber für alle, die sich das hier immer anhören und hier mitmachen möchten, beziehungsweise mit Feedbacken möchten. Schreibt uns doch immer gerne an die Info at nerdizismus.de, an die WhatsApp-Adresse. Wir brauchen jetzt endlich mal Sprachnachrichten. Ich predige das jede Woche, Woche für Woche, aber schickt uns Sprachnachrichten an die 01525-964-7709. Seht ihr auch hier irgendwo im Livestream für diejenigen, die zusehen. Oder kommt auf unseren Discord, nerdizismus.de slash Discord und da könnt ihr fleißig mitdiskutieren. Ja, da sagst du was Richtiges. Also wir haben ja eine schreibfreudige Chat-Community auch jedes Mal. Allerdings, wenn es um Kommentare geht, ist die bei MCU irgendwie. Also wir kriegen immer genug zu Walking Dead und natürlich bei Star Trek quillt die ganze Geschichte über. Aber irgendwie beim MCU, wo man doch gerade so viel mitdiskutieren kann. Da frage ich mich immer, vielleicht sind wir ja in unserer einen Stunde einfach so allumfassend, dass es gar keine offenen Fragen mehr gibt. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ja, ich denke, es gibt an uns, weil wir einfach zu gut sind. Es gibt allerdings doch vom Philo einen kleinen Hinweis, dass wir nichts dazu gesagt haben, irgendwie, dass wir Cosplayer uns nicht dazu geäußert haben, dass die Minutemen, die TVA-Minutemen ja auf diesem Mittelaltermarkt dann ja sozusagen out of character rumgelaufen sind. Ja, aber die laufen ja eigentlich immer überall out of character rum. Die gehen da rein und machen ihr Ding, denen alles schnitze, schnurze. Ja, die resetten ja auch alles direkt wieder, oder? Genau, eben. Oder schicken sie es irgendwo hin. Also wenn es jetzt irgendwie wichtig wäre für die Story, dann ja, ich kann es verstehen, aber die gehen da hin, löschen alles, gehen wieder. Ja, und scheren sich halt eben nicht rum. Das ist ja sowas, ich habe ja wenig Troll-Tendenzen. Okay, auf Twitter habe ich manchmal Troll-Tendenzen, aber wenige. Aber was ich wirklich mal, wo ich mal echt drauf Bock hätte, ist so mit ein paar von meinen Trooper-Jungs mal auf so einem Lab einfallen und dann mal gucken, ob die alle in Time bleiben. Ich lasse mich auch von irgendeinem Magier dann killen als Trooper. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber da hätte ich echt mal, da hätte ich mal Bock drauf, ob die dann alle in Time bleiben. Ich habe gerade mal aus Kuriosität gegoogelt, weil wir sprechen die ganze Zeit über die Minutemen, aber es gibt ja die richtigen Minutemen. Es waren eine Miliz in einer britischen Kolonie in Nordamerika, die nach Aufforderung innerhalb einer Minute kampfbereit sein sollten. Sagt mir Wikipedia jetzt gerade. Hatte ich auch schon irgendwie im Kopf, aber war mir nicht bewusst, dass die sich das daher geklaut haben. Ah, siehst du, ich kannte Minutemen als schneller Eingreifdrucker allgemein. Also so ein genereller Begriff für schnelle Eingreifdruppe. Ja, genau, das habe ich da halt auch schon gehört, aber jetzt nicht speziell. Also, Felo, danke für den Hinweis und in dem Zusammenhang ist mir dann auch aufgefallen, dass wir eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich mit euch drüber reden kann, was für Time-Bandit-Vibes diese Serie hat, weil ich einfach nicht weiß, ob ihr beiden überhaupt Time-Bandits jemals gesehen habt. Nein. Ganz, ganz, ganz lange her. Dachte ich mir schon. Okay, dann müssen wir das mal in der letzten Folge machen und ihr kriegt bis dahin eine Hausaufgabe, weil die Time-Bandit-Vibes werden einfach immer dramatischer. Gut, wollen wir aber einsteigen in die Folgen 3 und 4. Ja, es gibt so viel Diskussionsbedarf. Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich einen pickepackevollen Zettel, es sind wieder drei DIN-A4-Seiten voll geworden, mit kleinen Bits and Pieces. Und nachdem ich so bei Folge 3 so ein bisschen hin und her meandert bin zwischen oh, da passiert irgendwie gar nichts und dann war es irgendwie... Ja, same. Und dann im Ganzen fügt es sich dann irgendwie doch ein. Ja, aber sagt ihr erst mal eure Meinung dazu zu den Folgen 3 und 4. Also 3 war für mich so ein bisschen Filler, 4 dann natürlich mit dem Ende so what? Nicht ganz kritikfrei, aber es ist einfach immer noch eine gute Laune und eine spaßige Show. Ich kann einfach nicht weggucken. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde 3 und 4 sind halt maßgebend für die Richtung, die weiter angeschlagen wird. Und ich finde in der dritten Episode, dadurch, dass die irgendwie so nichtsagend war, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es sich komplett darum dreht, dass die beiden auf dem Planeten sind und da weg wollen, fand ich so ein bisschen schwach, weil es nicht so richtig was passiert. Und dann wurde man da so zurückgelassen in Episode 3 und du denkst dir, ja, irgendwie kommen die da ja eh weg. Ja, ja. Das ist ja komplett unlogisch jetzt, dass die da sterben. Und dann fand ich Folge 4 echt die ersten 30 Minuten sehr lang und sehr langsam. Ich habe die ganze Zeit überlegt, du, wir sind jetzt in Folge 4. Also so langsam muss da doch auch mal jetzt richtig was passieren. Also wir haben nur noch zwei Folgen danach. Das ist, also die Story plätschert gerade total vor sich hin. Und dann Bäm, Bäm, Bäm. Also das war ein sehr, sehr episches Ende von Folge 4. Ja, das Pacing hätte besser sein können. Ja, total. Ich habe es jetzt mit den Episoden, ich habe als zweifacher Vater mittlerweile ein Radar für gutes und unterhaltsames Sehen entwickelt, weil ich einfach immer so übermüdet bin, dass, wenn mir was langweilig ist, ich dabei einschlafe. Grundsätzlich passiert mir das in letzter Zeit sehr, 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 sehr oft. Und bei der dritten Episode, da bin ich doch zum Ende hin ein paar Mal weggenickt. Ich hatte auch nicht das Bedürfnis, das irgendwie groß nachzuholen. Also ich bin da voll bei dir. Die hat so vor sich her geplätschert. Ich verstehe sie im Gesamtgefüge und warum sie sein musste. Dieser Aufbau, den sie damit erreichen wollten. Und ich frage mich nur, hätte man den nicht schneller erreichen können? Das denke ich halt auch. Also es war halt wichtig fürs Character Building der beiden Lokis. Aber das ist eigentlich eine Geschichte, die kann man zehn Minuten erzählen. Genau. Und eine Montage hätte man das auch machen können beispielsweise. Und dann die wichtigsten Szenen zeigen irgendwie. Wusstet ihr übrigens, dass der Großteil dieser Episode im gleichen Setting unterwegs war wie Mandalorian, dass sie das Stagecraft dafür jetzt nutzen? Ach, sind die jetzt auch technisch so weit? Witzig. Ist ja alles Disney irgendwie. Ja, genau. Und die haben sich zumindest für Loki ganz, ganz stark an dieser Stagecraft-Technologie bedient. Für alle, die nicht wissen, was das ist im Mandalorian, haben die so ein bisschen auf den Greenscreen, Bluescreen verzichtet und die nächste Revolution, die eigentlich auch wieder so ein bisschen ein Rückschritt in der Filmgeschichte ist, eingeläutet. Und zwar haben die eine riesige Halle fertig gemacht mit ganz vielen LEDs, quasi am LED-Dome, auf dem in Echtzeit gerenderte Bilder zu sehen sind. Das hilft A, eine realistische Beleuchtung auf alle zu werfen, die da drin sind. B, ist das auch eine virtuelle Set-Erweiterung, in der schnell viel verändert werden können und wo dann die Schauspieler nicht auf kleine grüne Bällchen reagieren müssen in dem Sinne. Das hat Jon Favreau mit Lucasfilms entwickelt für Mandalorian. Und das geht gerade total ab, diese Technik. Die nutzen die jetzt nicht nur für die Disney-Serien. In England, in dem Studio, wo Harry Potter gedreht wurde, haben die, ich weiß nicht, was Squarefoot in Metern sind, 9000 Squarefoot-Arena in Stagecraft-Größe gebaut, um da Sachen drin zu drehen. Da wird jetzt, glaube ich, auch zumindest Obi-Wan und sowas gemacht. Und als jemand, der es wusste, ist es mir schon ganz stark aufgefallen, wie sehr diese Technik da herausscheint. Weil, ehrlich gesagt, es war okay, aber es ist jetzt auch nicht das Highlight der Special Effects gewesen, was man da gesehen hat. Nee, natürlich nicht. Aber jetzt, wo du es sagst, wird mir halt so einiges bewusst, wie was gemacht ist. Also, wenn man das halt so hört. Ja, also, es war auch so ein bisschen, wir müssen jetzt noch irgendwie was Außerirdisches reinbringen, hatte ich das Gefühl. Also, es war denen wahrscheinlich zu wenig spacig für jemanden, der halt von einem anderen Planeten kommt und so. Und, ja, also, Folge 3 hätte echt deutlich gekürzt werden können und dann hätte man viel mehr von Folge 4 reinbringen können. Beispielsweise, wie die halt beide festgenommen werden und verhört werden und so. Und dann hätte man Folge 4 direkt stark starten können. Ja, ich finde auch, eine Folge ist bisher einfach unnötig. Also, man hätte locker jetzt Folge 3 und 2 in eine fassen können. Das hätte fast irgendwie schon ein bisschen gepasst. Oder 3 und 4 in eine irgendwie, das ist so. Wir hatten das übrigens auch, die gleiche Diskussion hatten wir auch schon bei WandaVision. WandaVision und bei Loki, bei Forken halt auch übergesagt haben, ey, Freunde, wir sind jetzt schon die Hälfte drin. Ja, kommt mal, kommt mal zu Potte hier. Dann passiert mir endlich mal was. Das heißt, ich habe auch wieder so ein bisschen die Sorge, dass das Ende halt wieder so zack, 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 zack geht. Wir werden es sehen. Ja, also, das ist es halt bei den Serien. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns am Anfang, wenn wir Folge 1 sehen, sehr viel versprechen. Und, ne, wir haben bei Loki gesagt so, ja, Aufbau von Multiverse und von Zeitlinien und sowas. Aber im Endeffekt war es bei Falcon and the Winter Soldier und bei WandaVision so, dass sie sich auf eine Sache konzentriert haben. Und nicht halt Mephisto noch dazu gekommen ist und das und dies und pipapo und so. Sie haben es wirklich so für den casual Zuschauer versucht, halt einfach zu machen. Und ich glaube schon, dass das bei Loki auch so versucht wird, dass aber hoffentlich halt eine Schippe draufgelegt wird. Nachdem man halt jetzt schon zwei Marvel-Serien hatte. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Befürchtung und das bringt mich zu so einer Theorie, die ich später nochmal kurz dann anbringe. Das will nämlich auch hier wieder in Richtungen denken, weil wir vieles wissen, was aber gar nicht kommt. So zum Beispiel mit Sylvie, ne, Enchantress und so. Zum Beispiel, genau. Kurz übrigens am Rande, 9000 Quadratfuß sind 836 Quadratmeter. Also, das ist schon anständig. Das ist hier 8-9 Mal meine Wohnung hier. Okay, ja. Ja, aber wir haben auch 80 Quadratmeter hier. Also, ich würde tauschen. Dann könnte ich mir zumindest immer die Inneneinrichtungen, die ich haben wollen, würde rein projizieren können. Gut, aber ja, ich muss euch da, glaube ich, widersprechen. Ich glaube nicht, dass es so sein wird wie bei WandaVision oder Falcon, dass diese Serie nicht groß Einfluss haben wird. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, es wird noch sehr abgefahren und mit sehr viel Bedeutung für das ganze Konstrukt des MCUs. Das wird jetzt aufgebahrt nach dem, was wir jetzt in den letzten paar Minuten gesehen haben von dieser Folge. Genau. Das denke ich nämlich auch. Ja. Aber es wird nicht zu kompliziert. Ich glaube, dass wir jetzt halt schon wieder so kompliziert halt denken. Richtig. Und zu sagen so, oh, mit der letzten Szene, Multiverse hier, pipapo und so. Und ich denke, das Multiverse ist jetzt ja eingeführt. Das ist ja jetzt einfach. Die letzte Szene hat es ja zu 100 Prozent bewiesen. Also, noch deutlicher geht es ja jetzt gar nicht. Aber ich glaube, sie werden versuchen, einen etwas komplizierteren Twist damit reinzubringen. Und das glaube ich halt eben nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass sie sich das so einfach machen können. Weil wir haben jetzt quasi den Mann hinter dem Vorhang noch nicht gesehen, der dann im Prinzip die Zauberer von Oz-Anspielung war. Aber es wird eine nicht so verkopfte Lösung sein, wie sich viele Fans das vorstellen. Aber ich glaube, es wird durchaus spektakulärer werden, als es zum Beispiel bei WandaVision herausgekommen ist. Ja. Und deshalb, vielleicht können wir dann auch schon genau über die letzten, wir können über das Ende zuerst reden. Ja, oder? Ja. Also, das war das Krasseste. Ich glaube, das ist der meiste Redebedarf, oder? Ja. Ja, ich möchte eigentlich noch nicht ganz über das Ende reden. Ich würde erst gerne noch ein bisschen zu dem Bild abreden. Ja, ganz ehrlich. Na gut. Ich möchte noch ein bisschen bei der dritten Folge bleiben. Ich möchte insofern bei der dritten Folge bleiben, als dass die Vibes, die da hochkommen. Ähm, ich hab im Vorgespräch schon gesagt, ihr kriegt alle als Hausaufgabe und jetzt gerade eben auch Time Bandits zu gucken, dann ist einiges. Dann hatten wir natürlich die Snowpiercer-Vibes, die da, also mit dem Holzhammer einem draufgetrichtert wurden. Ähm, ich würde noch ein bisschen gerne dabei bleiben, weil gerade diese Episode hat für mich doch ein paar Inkonsistenzen. Ähm, oder vielleicht auch keine Inkonsistenzen. Vielleicht ist das ja alles Absicht gezeigt, denn ich möchte gerne mit euch darüber reden, wie Lokis kämpfen und wann die jetzt Superkräfte haben und wann nicht und warum sie sie mal einsetzen und wann nicht. Und ich würde gerne wissen, warum Loki in dem blöden Zug einfach völlig out of character agiert. Ähm, statt einfach, also sie, sie schleichen sich, sie sneaken sich in den Zug, um unentdeckt zu bleiben. Und kaum sind sie in dem Zug, puh, ist schon doch egal. Fandest du das out of character? Ich fand, das hat total zu Loki gepasst. Der ist der Gott des Schabernacks, dem ist alles Wayne. Okay, in dem Fall schon, aber nicht, wenn ich mich vorher so reinsneake und das jetzt meine letzte Chance aufs Überleben ist. Dann kann auch ein Loki einfach mal ruhig sein. Absolut, aber er hat das mit dem Reinsneaken ja auch nicht so wirklich ernst gemeint. Er hat dann so gesagt, ja, dein Plan ist scheiße, wir machen jetzt einfach meinen und mal gucken, ob der funktioniert. So, also es war jetzt nicht so, als hätte er gesagt, oh mein Gott, wir müssen diesen einen Plan haben. Das war ja, ja, Sylvie, die das gesagt hat, ne? Und Loki war halt so, nö, lass uns einfach jetzt mal meinen Plan machen. Nö, ich hatte... Mich hat das irritiert, dass der plötzlich anfängt zu singen und zu tanzen und sich zu betrinken in so einer Situation. Das hat mich... Und plötzlich... Und plötzlich kloppen sie sich dann und in der Folge zwei hat er noch telekinetische Kräfte. Und in der Folge plötzlich gar nicht irgendwie mehr. Später aber dann doch wieder. Ich sag ja, der hat sich vielleicht ein paar Infinity Stones eingesteckt. Maybe, maybe. Nee, also ich... Aber ich verstehe diese Kräfte nicht. Ich verstehe diese Kräfte nicht, die mal da sind, mal nicht da sind. Ja, also... Er ist ein fucking Gott, ne? Letztendlich er... Genau, er nutzt Magie. Und diese Magie hat er gelernt. Und da hat er ja verschiedene Formen von, wo ich dir zustimmen kann, was ich inkonsistent in dieser Episode fand. Oder vielleicht, wo ich Loki als Charakter einfach ein bisschen überschätzt habe. Dass ich ihn mehr als Planer gesehen habe. Dass ich mehr gedacht hätte, er hätte jetzt einen hinterlistigen Plan, um genau von der Sylvie zu erfahren, was passiert denn hier. Weil letztendlich erfahren wir ja ganz kurz in der dritten Folge, ja, ich möchte die Timekeepers stürzen. Oder ich möchte irgendwas mit den Timekeepers haben, weil ich das Geheimnis kenne. Das Geheimnis wurde in einem Nebensatz gesagt, dass alle Mitarbeiter Varianten, Variants sind. Was aber dann hier jetzt nicht diesen riesen Impact hatte. Und deshalb dachte ich, Loki spielt hier auf Zeit, lässt sich auch extra draus werfen. Weil er hat ja die Kraft, sich zu duplizieren und dann an eine andere Stelle zu setzen, was er ja selber schon erklärt hat. Deshalb war ich etwas überrascht, dass er das alles über sich so ergehen lassen hat. Aus dem Zug herauswerfen, dass aus dem Tanzen und Singen nicht ein tieferer Plan rausgekommen ist, sondern dass er wirklich nur Chaos stiften wollte, dass er sie nicht eindeutig hereingelegt hat und vielleicht dieses Portal-Ding doch noch funktioniert hat. Das habe ich aus dieser Episode erwartet und das ist einfach leider nicht gekommen. Vielleicht haben die zu sehr mit unseren Erwartungshaltungen da einfach gespielt wieder. Das denke ich aber auch. Also er ist ja auch immer sehr unberechenbar. Auch in den Comics ist es eigentlich immer so, man erlebt eine Avenger-Story und am Ende ist es immer Loki, der dahinter steckt. Und du weißt es eigentlich nicht. Und mir hat auch dieses Evil Genius, hat mir ein bisschen halt gefehlt. Weil ja, der wird jetzt sehr vermenschlicht, Loki, auch mit dem ganzen Gefühl, die er hat und sowas. Aber mir fehlte da so ein bisschen dieses... Also klar, er ist unberechenbar, aber eigentlich ist da halt immer was dahinter, wie du schon sagtest. Also der Loki ist jetzt halt schon genau der gleiche Loki wie aus Avengers. Ja, und in den Avengers hat er ja im Avengers-Film die Tricks eingesetzt. Der hat ja Ablenkungen benutzt. Der hat ja vor allem den Ablenkungsmanöver benutzt. Und die sind meiner Meinung nach hier zu kurz gekommen. Aber das fühlt mich dann noch zu einer anderen Kritik, die ich eher an der gesamten Serie habe. Oder beziehungsweise an der Schnitttechnik vielleicht. An dem Ganzen, wie es zusammengeschnitten wurde. Es mag sein, dass ich bei vielen Episoden sehr müde gewesen bin. Und dass das nicht so einen Impact bei mir gehabt hat. Aber mir fehlt so ein bisschen dieser Reveal dahinter. Dieser dramatische Punch, der in einigen Szenen kommen müsste. Manchmal plätschert das Ganze vor sich hin. Und das wird viel in Nebensätzen erzählt. Obwohl das doch super gewesen wäre, um eine dramatische Pause mit reinzubringen. Wie wir es früher bei Werbeblöcken gehabt haben. Wie ein Klimax da kommt. Ja, aber ein Klimax gibt es halt nicht wirklich. Außer halt bei der einen Szene, wo Loki jetzt gestabbt wurde. Ja, und es führt sich ja in Episode 4 fort. Da muss ich jetzt einmal kurz vorgreifen. Der als Mobius geprunt wird. Das war super dramatisch. Und ich hätte wahrscheinlich, ich als Filmemacher, entschieden. Irgendwas wie eine Snowmo und ein leckeres Nein da reinzusetzen. Das stimmt. Das war so nebenbei. Es war halt so. Ja, und das passiert hier mit allen dramatischen Stellen. Und das mag ich nicht so an dieser Serie. Weil man hätte das ja auch viel mehr auf den Punkt bringen können. In einigen Szenen von der Schnitttechnik her. Das hat mir gefehlt. Das fehlt mir aktuell daran. Das sehe ich auch so. Aber ich denke, dass das noch einen Sinn hat. Also ich denke, dass zum Beispiel, da muss ich jetzt auch wieder vorgreifen mit Momius und so. Der halt nicht wirklich weg, 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 weg. No one's ever really gone, wisst ihr das? Ja, ja. Also ich glaube halt tatsächlich, dass manche Sachen extra nicht so dramatisch sein sollen. Weil sie auch sehr wahrscheinlich nicht so dramatisch sind. Ja, aber gerade wegen dem Thema Ablenkung könnte man es doch dramatischer machen, um den Zuschauern in die Ehre zu führen. Ja, natürlich. Könnte man. Ja, klar, aber das haben wir halt auch schon, ich sag mal, da fällt halt auch fast keiner mehr rein. Wir haben ein paar Anmerkungen im Chat. Und da will ich gerade mal so ein bisschen durchgehen. Mr. Stocky schreibt, ich glaube, Chris hat recht, er hat sich einige Infinity Stones eingepackt. Irgendwie muss ja Doctor Strange an seinen neuen Zeitstone kommen. Und Sascha schreibt, ich dachte, die Steine funktionieren nur in der jeweiligen Zeitlinie. Ist das etabliert, dass sie nur in der jeweiligen Zeitlinie funktionieren? Nur in der jeweiligen oder nur in der TVA halt nicht? Nee, die haben gesagt, also die Erklärung dabei, warum die nicht mehr funktionierten, war nicht, dass sie in der TVA waren. Sondern, dass die Zeitlinie, aus der die stammen, zerstört worden sind. Und deshalb haben die keine Macht mehr. Weil die ihre Macht aus dem Universum an sich beziehen. Okay, dann könnte es ja höchstens nur so sein, jetzt sag ich halt meine Gedanken halt vorher, dass die TVA sowieso nur eine große Farce ist. Und diese ganze Gequatsche von der Sacred Timeline sowieso Unsinn ist. Das könnte sehr wahrscheinlich sein, nach dem, was in der Folge 4 passiert ist. Genau. Und deswegen halt die Timestones vielleicht doch noch ihre Power haben, weil das mit dem ganzen Resetten gar kein wirkliches Resetten ist. Sondern es vielleicht einfach so eine Müll-Timeline gibt, in die man halt alles reinkippt. Ja, genau. Was eigentlich passt. Der Müllplanet. Genau. Wo so permanent von oben halt so Variants reingeschmissen werden und irgendwelche gebasteten Timelines. Und deswegen, das wäre, also, was ich vorhin aber eigentlich andeuten wollte ist, wo ihr so ein bisschen da gesprochen habt, ist, ich glaube einfach mit der Erfahrung aus Forken und mit der Erfahrung aus Wanderwischen, wir denken, es ist viel komplizierter als es ist. Ich glaube, diese TVA ist einfach eine Fake-Nummer, die von irgendjemand, Klammer auf, vielleicht Kernklammer zu, ja, noch irgendwie am Laufen gehalten wird und gegründet wurde. Und mit der TVA, so wie wir sie jetzt aus den Comics im Grunde genommen kennen, so am Ende der Zeit zurückgereist und bla und überhaupt den Namen und den Look und so weiter gemein hat. Aber man will den Casual-Gucker jetzt auch nicht völlig überfordern, ja. Und dann baut man halt so ein, und dann sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast, der Mann hinter dem Vorhang Michael, also bei Zauberer von Ost, genau bei dieser Nummer. Sodass das eigentliche Twist an der ganzen Geschichte, nämlich jetzt kommt, beziehungsweise, also ich glaube nicht, dass bei der TVA noch was kommt, da steckt, wenn, vielleicht ist es Kang, aber ansonsten steckt da kein... Wir wissen es nicht. Genau. Aber ansonsten steckt da jetzt kein Evil-Master-Plan mehr dahinter. Ja, die Sache ist, also die Sache ist halt die, mit Kang ist es halt schwer, weil wir noch keine wirkliche, ähm, es ist noch nicht, es ist zu wenig Fingerzeig drauf. Ich vergleiche das jetzt so ein bisschen mit der Mephisto-Sache. Wir haben immer gesagt, Mephisto, 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 aber es wurde auch in jeder Folge einfach darauf hingewiesen. Also das war alles da, ne? Und das Problem jetzt hier bei Loki ist ja, dass es nicht da ist, dass wir eigentlich das nur wissen, weil wir halt das Love-Triangle von der Dings da haben. Gut, wir haben noch die Young Avengers, auf die viel hinläutet, ne? Die Young Avengers, die in den Comics gegen Kang kämpfen, also und Young Avengers, also die kommen ja. Ich, ich glaube in dem Sinne, dass wir es einfach halten wollen, wäre meine Theorie, die Serie heißt Loki. Wir haben jetzt schon mindestens zwei Lokis da drin. Wir kriegen jetzt noch ganz viele Varianten. Also wäre es für mich eigentlich auch logisch, dass ein Loki hinter der TVA steckt. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ach, das ist eigentlich das Nächste. Genau, weil ein Kang, der wurde noch nicht mal ansatzweise, wie du gesagt hast, eingeführt und jetzt in den letzten zwei Episoden den reinzubringen, das glaube ich nicht, dass diese Serie das in irgendeiner Art und Weise machen. Entweder wird es die Renslayer sein, die groß damit was zu tun hat und vielleicht diejenige ist, die es sich selber aufgebaut hat. Oder weil wir einfach so uns so stark auf Loki fixieren, dass sich sogar zwei Lokis ineinander verlieben in dem ganzen Ding, dass dahinter zwangsläufig ein Loki stecken muss. Und ich glaube, dass wahrscheinlich, ja, also das TVA ist für mich auch ein Fake. Das ist irgendwie ja schon klar. Die wollen irgendeine Art von Kontrolle über etwas haben, was wir noch nicht kennen. Über das, wir wissen es noch nicht. Ja, über das Multiversum. Aber alles, was wir bisher gesehen haben, deutet ja darauf hin, dass es dieses Multiversum die ganze Zeit einfach schon geben muss. Ja. In irgendeiner Art und Weise. Also sonst, ich meine, schauen wir uns mal die Geschichte von Sylvie an, die ja auch eingeführt wurde nochmal in der vierten Episode. Ein Rückblick. Da haben wir doch schon einen weiblichen Loki. Und wieso ist nicht das schon genug Grund dafür, dass es eine Abweichung der Zeitlinie ist, die der TVA auffällt? Wir haben andere Lokis, die ganz offensichtlich gezeigt worden sind. Ich meine, wenn wir alle in der letzten Szene haben, dass wir einen Alligator-Loki da bekommen. Yes! Dass es doch ganz offensichtlich viele verschiedene Varianten geben muss, die irgendwie unter Kontrolle gehalten werden. Aber vielleicht ist einfach aus diesem Multi... Es gab vielleicht diesen Multiversum-Krieg und diese verschiedenen Zeitlinien. Vielleicht existieren aber einfach alle noch. Und das ist eine ganz abgeschottete Zeitlinie für sich, die ein Loki für sich festhält. Das wäre für mich die logischste und einfachste Lösung, um den Rest auch noch direkt weiter mit drin zu haben. Und das ist alles, was schon etabliert ist in dieser Serie. Jetzt muss ich euch mal ganz kurz unterbrechen. Mal kurz ein Timeout machen in eurem... Weil sonst... Wir wollen uns an der Stelle nämlich mal ganz kurz bei Papa Basti und seiner Familie bedanken, die uns nämlich gerade hier mit 40 Leuten auf Twitch geratet haben. Vielen Dank dafür und schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen bei unserer kleinen Talkrunde über Loki Folge 3 und 4 mit Heavy Spoiler. Und danke Papa Basti, dass du großer Fan unserer Arbeit bist. Vielen Dank, vielen lieben Dank dafür. Ja, wir sind gerade mitten in der Diskussion und ich wollte jetzt natürlich... Dankeschön. Genau. Was war das? ...in seinem Redefluss nicht unterbrechen. Wir sind gerade für alle, die jetzt gerade neu dazugekommen sind, wir steigen schon so ein bisschen auf das... Wir haben uns schon so auf das Ende eingeschossen. Ähm, ich hab gerade eben noch eingeworfen, das ging so ein bisschen unter. Ja, ich bin im Grunde genommen, Michael, bin ich schon bei dir. Ähm, ich hab halt noch dieses Young Avengers-Ding im Hinterkopf, ne? So und deswegen und deswegen... Ich glaub, das ist zu abwegig. Das werden wir... Das wird eingeführt werden, wenn dann in den Young Avengers selber. Ja. Und dann werden wir die Backstories von denen nochmal sehen. Ich glaub, wie wir es auch bei WandaVision hatten, wir... Wie ihr auch eben gesagt habt, wir dürfen nicht zu weit ab des Ganzen denken. Wir müssen schon mit den Elementen arbeiten, die bisher unpräsentiert worden sind. Und dann sag ich dir, dann ist die... Wie heißt die jetzt? Ravenna? Ravenna? Oh mein Gott, ich kann mir den Namen nicht werken. Ravenna? Ja. Renslayer. Renslayer, genau. Die ist Loki, so. Das könnte auch sein. Ja, ist auch. Ist auch sehr gute Idee. Genau. Alle sind Loki. You heard it first here. Alle sind Loki und meine Freie ist auch Loki. Das wäre doch mal eine geile Auflösung. Dann gibt's demnächst auch diese Werbung. Ich bin gar nicht Manuel Neuer. Ich bin Loki. Ja, genau. Ja, dann mag Loki auch Jetskis. Das ist aber ein schönes Stichwort. Wir hatten beim letzten Jahr mal ja schon vermutet und wir hatten recht. Die Varianten sind alle geklaute Leute aus irgendwelchen anderen Zeitlinien. und das bringt uns ja ein bisschen zu dem, was du vorhin gesagt hast, Michael, eben mit dieser Inszenierung, dass die, als der Mobius dann halt aufgelöst wird, es ist halt no one's ever really gone, ja. Also die sind halt jetzt alle irgendwo in diesem Müllding. Deswegen war der Cliff, der Cliffhanger bei der Dreier-Folge halt auch eher so, also visuell beeindruckend. Aber okay, ich wusste, da kommt jetzt halt noch irgendwie was. Ja. Und auch jetzt, dass das Loki tot ist, ich dachte halt nicht, dass es jetzt noch irgendwie noch als Mid-Credit-Scene kommt, ne. Hab mich aber gefreut, dass es ist, weil sonst wäre man so eine Woche so blöd in der Luft gehängt. Ja. Und man weiß, dass es sowieso nicht so der Fall ist, ja. Ja, aber ich fand, es war halt auch schon logisch, als sie Mobius halt ausradiert haben. In dem Moment wusste ich, okay, irgendwas, da kommt noch was. Da werden jetzt gleich noch einige verschwinden. Aber das Stichwort zum dritten Episoden-Cliffhanger ist auch nochmal ganz gut, weil da kam für mich so ein bisschen eine Inkonsistenz oder beziehungsweise Writer's Convenience mit rein, dass sie es sich schön geschrieben haben. Ich hätte gerne eine Lösung gehabt, wo sie sich vielleicht selber gerettet haben, aber ich kaufe denen noch nicht ganz ab, dass kurz bevor die ausgelöscht worden sind, die gerettet werden, die nicht dann direkt ausgelöscht werden, sondern zu den Timekeepers gebracht werden. Das deutet eigentlich schon fast darauf hin, dass ein Loki dahinter steckt, weil er keine Lokis auslöschen will. Das war ein bisschen quatschig, so, ne, dass sie nicht direkt gesagt haben, so, wir löschen euch aus, weil, ist halt Quatsch, ne. Ja, die wären weg gewesen. Die wären einfach, und das hätte, wir wissen nicht, was für einen Impact das gehabt hätte. Vielleicht ist auch hinter diesem ganzen System mit den Zeitlinien auch einfach ein großer Fake. Das ist wie in Futurama, wo dann ein Roboter einfach dahinter steckt. Ist jetzt dann das Nexus-Event, das die beiden kreiert haben, das sich praktisch Loki in Loki verliebt und das ist also dann der ultimative... Es wurde so angeteasert. Ob es jetzt wirklich so ist, wissen wir natürlich nicht, weil wir können da niemandem vertrauen, aber... Also praktisch, das ist der ultimative Narzissmus, ja. Also... Ja, total. Also es ist so casual, Loki. Aber ich finde diese Idee ziemlich geil, auch wenn die sehr unterschiedliche Charaktere sind. Und das passt so gut zu diesem gesamten Charakter, dass es... Ich fand's absurd, aber schön. Ja, und wo wir gerade dabei sind, muss ich ja jetzt mal hier... Wo ist meine Flagge? Loki, official, confirmed, bisexual! Ich dachte, er ist fluid. Ich dachte, er ist fluid. Ja, ist er ja auch. Er ist fluid, gender fluid und offiziell jetzt B. Yay! Ich hab mich mega gefreut, dass das mal endlich auch gesagt wurde und man nicht auf einem blöden Stück Papier lesen kann. Ja, und nicht in einer linken Szene. Ja, richtig gut. Ich fand's schön, dass die Lokis so ein bisschen über sich selber philosophiert haben. What makes a Loki to a Loki? Is he born to lose? Ja, are we born to lose? Das ist ja das, was wir in der ersten Folge von unserem Podcast ja gesagt haben, dass auch diese mystische Figur in den nordischen Sagen-Loki ja dazu verdammt ist, sozusagen immer wieder zu scheitern und nur aus anderen das Gute rauszukehren. Und jetzt hat er halt vielleicht eben mal die Chance. Apropos Timeschleife, Zeitschleife. Michael, du bist doch bei den Agents of S.H.I.E.L.D. drin. Wer ist Lady Sif? Lady Sif ist eine der drei Krieger von Thor, die dabei ist. Und die ist die Darstellerin, ist auf jeden Fall Jamie Alexander, die ihre eigene Serie aufbauen wollte. Das hat nicht funktioniert. Die Serie wurde gecancelt und deshalb ist sie jetzt als Lady Sif zurück. Deshalb war sie auch, glaube ich, nicht in Thor Ragnarok dabei, weil sie ihre Serie drehen musste. Man weiß aber, dass sie bei Thor Love and Thunder, dem vierten Thor, wieder dabei sein wird. Genau, wieder dabei ist, ja. Und ich meine, Agents of S.H.I.E.L.D. ist ja aktuell nicht canon. Aber sie hatte halt einen Nebenauftritt, weil man dann sich Chris Hemsworth vielleicht für die Serie nicht leisten konnte. Genau. Aber sie ist auch ein sehr präsenter Charakter in den Comics, in denen es um Asgard jetzt so speziell geht. Also in den Valkyrie-Comics, zum Beispiel in denen Jane Foster halt Valkyrie ist, ist sie immer eine Nebenrolle und immer irgendwie mit dabei und sowas. Wie die anderen wie Vollstark und all sowas. Das ist halt die ganze Bande so um Asgard. Mhm, mhm, okay. Und die ist bei den sogenannten, auf Englisch nennen sie die Warriors Three, also die drei Krieger. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch übersetzt wurde, aber das ist halt quasi die Entourage von Thor. Genau, so muss man sich das vorstellen. Wie die Bodyguards von Thor eigentlich. Die haben halt auch mit Thor früher immer sehr viel gekämpft zusammen als Gruppe. Okay. Die sind in den Filmen halt nicht so hervorgestochen, weil sie erstens einen Schauspieler aufgewechselt haben, Lady Swift dann plötzlich nicht mehr dabei war. Deshalb waren die eher ganz deutliche Nebencharaktere bei den Filmen. Mhm. Wisst ihr eigentlich, was mein Highlight dieser Folge war? Kommt ihr nie drauf. Nicht das Ende, nicht das Auflösen, nicht die Visuals. Mein Highlight dieser Folge war ein Wort. Dagger. Nee. Vampire. Ja! Vampire. Ich bin ja auch am Sofa rumgesprungen. Ich dachte so, die haben nicht gerade wirklich wieder confirmed, dass Vampire jetzt doch wieder im MCU sind. Naja, wir wissen es ja, also zumindest die Leute, die lesen, wissen, dass Mahershala Ali als Blade gecastet wurde in einem Film, der irgendwann kommen wird. Aber wir wissen noch nicht, ob das alles wirklich passiert. Es wird passieren. Ja, ja, aber mal gucken, ne? Mal gucken. Ich bin mir unsicher bei allem mittlerweile in diesen Zeiten. Ja, aber damit wird halt, das mit dem Blade-Film, das habe ich auch wohl mitbekommen, aber es hätte ja immer noch ein Standalone für sich genommenes Ding sein. Jetzt können wir ja davon ausgehen, dass es irgendwie einen kleinen Tie-In gibt, was ich halt ziemlich geil finde, weil Blade... Ja, genau. Es wurde schon angekündigt, er ist ganz deutlich im MCU verankert. Und das wurde damals auch schon bei der, zumindestens nach der Ankündigung und als von der Casting-Ankündigung von Mahershala Ali, der übrigens dann seine zweite Rolle im erweiterten Marvel-Universum hat, weil er war ja auch in Luke Cage dabei als Bösewicht, da bekommt. Und ich hoffe zumindest, dass sie wenigstens in einer Nebenrolle Wesley Snipes in den Blade-Film mit reinnehmen. Das wäre sehr, sehr cool. Also ich bin halt auch mal mega gespannt, weil in den aktuelleren Comics sind Vampire irgendwie immer ein Ding. Also sogar bei Gwenpool gibt's eine Nebenstory mit Blade und Vampiren, ne? Eigentlich, also wer halt so immer mal wieder Marvel-Comics liest, der ist sich dessen bewusst. Aber ich finde tatsächlich, dass wenn du Casual-MCU-Zuschauer bist, dann ist das das erste Mal, dass du von Vampiren gehört hast. Nicht ganz korrekt. Der Limeck schreibt, dass Kork in Thor-Ragnarok auch mal Vampire erwähnt. Ja, okay. Stimmt. Ja, ja. Dann kam der Weltraum und Paralleluniversen, beziehungsweise Zeitreisen noch dazu. Und die machen alles nach und nach rein. Irgendwann kann keiner mehr überblicken. Dafür werden ja weiterhin die Filme da sein. Aber es ist mittlerweile wirklich wie in den Comics. Das ist echt schön. Also ich finde es auch cool, was das für ein krasses Universum ist. Dann wollen wir doch jetzt mal, wenn wir wieder, damit wir so auf unsere Stunde kommen, jetzt mal auf die Zielgerade einbiegen. Ich lasse euch jetzt von der Leine. Und jetzt erzählt mir mal was, jetzt erzählt mir bitte was über Kid-Loki, Klassik-Loki, Alligator-Loki und Boastful-Loki. Also ich kann ja schon mal was zu Kroki sagen, weil er ist ja Kroki und Alligator ist ja, ne? Den gibt's tatsächlich so noch gar nicht. Also man hat halt überlegt, okay, es gab so ganz, ganz winzige Anspielungen in den Comics. Aber so richtig echt gibt's den halt nicht. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass sie hier was Neues reinbringen. Es kann natürlich auch sein, dass sie einfach einem Krokodil-Loki-Ding aufgesetzt haben. Dass das Kind einfach dachte so, boah geil, das ist ein Alligator und ich will den jetzt als mein Haustier haben oder so. Dann, worüber ich noch was erzählen kann auf jeden Fall, ist der Classic-Loki. Den haben wir ganz rechts gesehen im Bild. Das ist Richard E. Grant, über den ich mich mega freue. Der wurde ja schon angeteast und man hat ja schon gemunkelt. Der wird wahrscheinlich einen alten Loki spielen. Der hat sein klassisches Outfit an, wie in den ganz früheren Comics. Und sieht sehr grumpy aus. Und ich hab irgendwie letzte Woche noch einen Comic gelesen mit einem älteren Loki. Die hatten zwar nicht das gleiche Kostüm, aber vom Gesicht her waren die sich total ähnlich. Und da dachte ich mir schon beim Lesen so, boah, wenn Richard E. Grant wirklich alter Loki spielt, dann passt das einfach so perfekt. Ja, es ist der Original, ich hake ganz kurz dazwischen, es ist halt der Original Jack-Kirby-Loki. Den, wie wir, wie ihn Comic-Leser damals als erstes kennengelernt haben. Genau in diesem Outfit und genau mit diesem Gesicht, was Richard E. Grant im Prinzip ein lebendgewordener Loki ist in dem Sinne. Von daher kann ich die Begeisterung nachvollziehen. Das ist schon sehr cool. Und Richard E. Grant ist sowieso ein grandioser Schauspieler. Mega. Deswegen war er ja in Rise of Skywalker auch so völlig verschenkt. Wenn man da so diesen Vollidioten von General, First Order General spielen musste. Ja, okay, aber weiter. Dann haben wir ganz links einen schwarzen Loki, was ich sehr cool finde, weil da hat man auch noch nicht so viel von gesehen. So, gerade in den Comics kennt man noch nicht. Und was am interessantesten eigentlich ist, der hat einen selbstgebauten Mjölnir, einen Hammer. Und das ist natürlich eine Anspielung auf Thor. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der dann eingesetzt wird. Der sieht auch sehr wikingermäßig aus. Also mal gucken. Im Abspann heißt der Ghostful, also nicht Ghost wie Geist, sondern G-O-A-S-T, Ghostful Loki. Ja, ja, der hatte auch in einer anderen Übersetzung, hieß der irgendwie Booster-Loki oder sowas. Habe ich auch mal irgendwo gelesen. Und dann haben wir natürlich noch Kid-Loki. Und ich glaube, bei Kid-Loki war das in den Comics doch irgendwie so, dass Loki in der Zeitlinie ausgelöscht wurde und als Kind wiedergekommen ist. Michael, korrigiere mich, falls ich da falsch liege. Kann ich dir jetzt so gerade nicht sagen. Ich kann höchstens sagen, zumindestens habe ich das aus einem Video mitbekommen, dass Mjölnir ganz gut reinpasst. Weil auch die ganze Geschichte mit Lady Siv, dass Loki ihr die Haare abgeschnitten hat, kommt wohl aus der Mythologie. Und das hat auch in irgendeinem Punkt dazu geführt, dass Mjölnir erschaffen wurde. Ja, das hast du schön zusammengetragen. Ja, deswegen bin ich mal super gespannt. Wir hören dich nicht mehr, Chris. Chris, wir hören dich nicht. Wir hören dich nicht. Ach so, ja. Er schmiedet aus den Haaren, Mjölnir. Wie auch immer das geht. Man kann ja aus Spare-Ribs auch Frauen machen. Also von daher, ja. So, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, was in dieser Szene eigentlich viel interessanter ist als die vier Lokis. Wenn man sich den Hintergrund genauer anschaut. Denn das ist nämlich New York, wie man an dem Avengers Tower sehen kann. Das heißt, egal wo wir uns befinden, wir befinden uns in einem alternativen New York. Was mich dazu bringt, dass wir hoffentlich in der nächsten Folge Goddamn President Loki haben werden. Ja, stimmt. Der soll ja auch noch aufpassen. Ich warte. Es gibt eine ganze Comic-Reihe davon. Warum verschwenden sie so das? Also es ist ja relativ klar. Nächste Folge kriegen wir einen Batzen an alternativen Lokis vor den Latz geklatscht. Und da wird dann bestimmt auch President Loki dabei sein. Weil die werden nicht in der Episode 6 im großen Finale dann nochmal die ganzen lustigen Lokis zeigen. Das machen sie jetzt wahrscheinlich da, um halt das Multiversum auch ein bisschen zu festigen. Ich hoffe ja, dass sie so ein bisschen die Game of Thrones-Logik verfolgen und in der vorletzten Episode alles raushauen, um das, was danach kommt, ein bisschen wieder Ruhe reinzubringen und die Konsequenzen in der letzten Folge einzuführen. Das fände ich schön. Ja, das glaube ich nicht. Wir werden sie wahrscheinlich nicht machen. Wir sind zu wenig Folgen einfach. Also in dem Stand, wo wir jetzt sind, ey, sorry, ich weiß immer noch nicht, wo das hinausläuft, ne? So richtig. Ja. Keine Ahnung. Das ist so ein bisschen der Punkt, ne? Ich meine, alle gegen Loki, alle O-Lokis gegeneinander, sind alle irgendwie fake? Gibt es nur einen? Also es kann, wir sind jetzt an einem Punkt, wo noch alles passieren kann. Also es kann jetzt, es könnte jetzt die lahme Auflösung sein, es war alles nur ein Traum. Ja, klar. Verstehst du, das kann jetzt alles noch sein. Ja, das sind jetzt alles noch Möglichkeiten, die passieren könnten. Es ist noch nichts gesetzt. Ich denke tatsächlich, die Frage, die wir uns stellen sollten, ist ja, ist dieses alternative New York, in dem Loki ist, nur ein Loki-Versum? In dem nur Lokis leben? Oder leben dort alle die Varianten, die ausgelöscht werden? Also ist es quasi so eine Hölle von Variants? Weil dann würde man doch nicht als erstes den vier Lokis gegenüberstehen, oder? Ja. Ja, ich glaube, dass diese Stäbe doch dazu gedacht waren, Leute auszulöschen. Aber dass vielleicht irgendwann mal wer einen Trick rausgefunden hat, davon nicht ausgelöscht zu werden. Und meine Theorie ist weiterhin, dass das ganze Multiversum einfach noch besteht, nie zerstört worden ist, sondern dass das eine abgeschottete, isolierte Nordkorea-Timeline ist. Ja gut, aber das würde ja auch Sinn ergeben, weil wenn das Multiversum zum jetzigen Zeitpunkt nicht existieren würde, dann hätte man ja auch schon nicht die Variants. Genau. Also das ergibt ja gar keinen Sinn so. Über den Hintergrund wird den Fans dann gezeigt, es gibt das Multiversum. Das Multiversum hat irgendwelche Einflüsse. Und für die Serie an sich bedeutet das, dass zumindest ein Strang des Multiversums Lokis gegen Lokis ist. Genau. Und die Frage, die man sich dann als nächstes wieder stellen kann, ist, kriegen wir unseren Loki zurück? Oder bleiben wir... Also unseren MCU-Loki? Den Thanos-getöteten Thor-Loki? Wir wissen es ja nicht. Nee, der ist offiziell... Der ist offiziell... Offiziell ist er tot. Ja, also es wurde auch bestätigt, dass er weiterhin tot bleibt. Es wurde gesagt, wir kriegen den nicht zurück, der ist offiziell tot. Und wenn, dann gibt es den Loki hier, aber nicht mehr unseren originalen Loki. Der ist jetzt komplett raus. Dann, dann. Ja, wer weiß, also vielleicht kommen wir ja auch mit einem ganz anderen Loki aus dieser Geschichte raus. Vielleicht kommen wir mit Sylvie als weiteren Loki heraus. Vielleicht kommen wir mit Kid-Loki heraus. Und der gehört zu den Young Avengers oder sowas. Es kann halt alles Mögliche sein, ne? So weit ich das verstanden habe, hat Tom Hiddleston noch nicht aufgegeben, den so lange zu spielen, wie er Bock hat. Also er hat aktuell noch Bock. Deshalb wäre das mal wieder eine gute Möglichkeit, ihn zurückzubringen. Was man natürlich den Filmguckern noch dann irgendwie erklären muss, dass es dann ein anderer Loki ist. Aber ein Love and Thunder kommt ja ja nicht vor. Also es wäre zu weird, wenn die Tom Hiddleston einfach komplett streichen würden. Weil der ist so eine... Und der macht das so geil. Ja. Also in Thor 4 wird er nicht vorkommen. Das ist schon bestätigt. Da werden wir keinen Loki haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn das Ganze auf die ganze Phase 4 und 5 und 6 auf so einen Multiversenkrieg drauf zuläuft, dass er dann auf jeden Fall in dieser alternativen Form wieder auftauchen kann. Und das ist meine Theorie, dass wir einfach... Wir haben Thanos hinter uns und jetzt gehen wir ganz doll in Multiversen rein durch die Filme und Serien. Und das wird das nächste große Ereignis in diesen Phasen sein. Ja, also mir ist eigentlich nur das Allerwichtigste, dass wir Momios auf jeden Fall noch am Jetski sehen. Ich glaube nicht, dass wir den Original... Also deshalb habe ich eben auch gesagt, ich glaube, der ist tot, der Mobius. Aber es gibt ja auch andere Mobiusse. Ich meine, aus den Comics ist er ja ein Klon in dem Sinne. Und alles, was wir so ein bisschen durch die Serie mitbekommen haben, auch durch die Ringe auf dem Tisch, an die er sich offensichtlich nicht erinnern kann, dass er ein Glas abgestellt hat, das weist darauf hin, dass es Mobius schon öfters gegeben hat. Und er schon öfters rausgefunden hat vielleicht, dass das Ganze alles fake ist. Ja, und dann jedes Mal ausgelöscht wurde und neu geholt wurde. Genau. Deshalb wäre das auch nochmal eine ganz interessante Dynamik für Loki an sich, der ihn ja als Freund angenommen hat, beziehungsweise jetzt zum Freund geworden ist. Verliert er seinen besten Freund, sieht die alternative Version davon und muss quasi jetzt durch seinen Impuls wieder ihn zum Freund von sich machen. Ja, das wäre auf jeden Fall sinnig für den Charakter-Arc, den halt Loki auch anstrebt. Der Limex schreibt ganz richtig, das wäre ja so ein bisschen wie wir Juden 7 dann, ja. Also für alle DS9-Gucker, die Dominion-Klone, die einfach immer nachgeschoben werden. Ja, das war, wenn ich mich recht entsinne, auch schon so ein kleiner What-the-Fuck-Moment damals so bei Deep Space Nine, weil das so das erste Mal war, dass einer mit so einer Klon-Idee, also mit so einem konsequenten Klon um die Ecke kam. Klone gab es immer wieder, aber so mit so einem wirklichen so, wir haben einfach so disposable Characters, ja. Einfach so konsequent. Raus damit. So reinschieben irgendwo, ja. Kanonfutter. Zum Thema Klon kann ich übrigens allen empfehlen, die aktuelle Staffel Rick and Morty zu sehen, die gerade wieder gestartet ist. Die zweite Folge davon haut so dermaßen raus, dass das alles schon wieder über den Haufen geworfen wurde und zeigt mir weiterhin, dass Rick and Morty eine der geilsten Sci-Fi-Serien und besten Sci-Fi-Serien ist, die seit Jahren laufen neben The Expanse. Wir müssten dann noch für nächste Woche, wo du gerade bei Cartoon-Serien gehst, für die letzte Folge dann auch noch kurz über die Simpsons-Loki-Folge reden. Ich habe sie noch nicht gesehen. Oh ja, stimmt. Ist der Short schon raus? Ja, ist schon raus anscheinend, ja. Achso, ich hatte verstanden, der kommt zum Finale von Loki. Oder kommt vielleicht zum Finale, weiß ich nicht. Aber lasst ihn uns schauen und auch mal kurz dann nochmal. Super gern, das wird bestimmt witzig. Rick and Morty, wo wird das ausgestrahlt? Fragt der Chat. Ich glaube, Guy hat da die Rechte da dran. Ich dachte, man könnte es auf Netflix gucken. Nee, also Rick and Morty kann man auf Netflix gucken und es kommen auch die neuen Folgen dann ein paar Monate später dahin. Aber die Erstrechte hat mal wieder an allem Sky. Dann schaut euch noch Serientipp von mir. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Clarksons Farm an. Acht Folgen, wunderbare britische Doku-Comitee mit Jeremy Clarkson. Und ihr habt noch nie so viel über das Landwirtschaften gelernt wie in dieser Serie. Okay, so, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich glaube, wir haben erstmal alles rund um diese vier Folgen mal abgedengelt. Wir haben ja noch zwei. Wir haben, aber vielleicht sollten wir über den einen Charakter zumindest noch reden. Dann mach, was hast du denn noch? Ich weiß jetzt nicht Ihre Nummer, B12 oder so. Vitamin D12. Genau. B15 meinst du? B15, ja genau. Wo ich es ja sehr schön fand, vielleicht lese ich zu viel da rein, aber letztendlich ist ja die ganze TVA auch so ein bisschen faschistoider Verein, der da aufgebaut wurde. Und sie ist ja auch quasi der Faschist in dem Ganzen drin, was sie ja durch ihre Aussagen vorher, du bist nichts wert, weil du ja nur eine Variante bist, ausgesagt hat. Und dann findet sie halt selber raus, dass sie eine Variante ist und hat so einen krassen Wandel. Erlebt so einen ganz krassen Wandel, was natürlich auch nochmal schön mit der weiteren Ebene drin ist, dass wir ja eine schwarze Schauspielerin da mit drin haben, was das Ganze nochmal im Subtext mit reinbringt. Und das ist mir nur nebenbei dann da aufgefallen. Ja, ich fand das auch irgendwie sehr krass, die Szene. Mich hat sie auch irgendwie ein bisschen an die ganze Tahiti-Story aus S.H.I.E.L.D. erinnert. Ich weiß nicht warum, aber ich musste so oft an Tahiti denken bei dieser Sache. Das stimmt. Also ich will jetzt halt niemanden spoilern, deswegen reiß ich das nur an für diejenigen, die es checken. Ich meine, Clark Gregg kommt immer gerne zurück ins MCU. Agent Coulson haben wir sicherlich nicht das letzte Mal gesehen. Nee, die haben sie nicht. Das wäre eher lustig, wenn er da auftaucht. Boah, das wäre super awesome. Man kann jetzt ja wirklich jeden zurückholen im Moment. Ja, die sollten mal Quicksilver zurückholen. Das wirst du in jedem Podcast hören, Chris. Tut mir leid. Ja, ich, 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 alles gut, alles gut. Ja, das wäre, das wäre ja keine Folge vollständig, wenn ich irgendwie von dir irgendeine Liebesgeschichte oder irgendeine Love-Story von irgendjemandem ein bisschen in den Vordergrund gestellt wäre. Alles gut, das wäre völlig in Ordnung. Im Chat wird noch gefragt, die TVA-Chefin, ist die nicht die in den Comics, die Geliebte von Kang? Genau, das ist richtig. Und deswegen haben wir ja auch von Anfang vermutet, dass Kang halt irgendwie drin vorkommt. Da der jetzt aber halt schon vier Folgen nicht gezeigt wurde, kann man es sich halt nicht vorstellen, dass der dahinter steckt. Also es wäre halt super absurd, wenn sie halt wirklich dann am Ende sagen, so, ja, der ist es. Und dann bei WandaVision jede Folge Mephisto, Mephisto, Mephisto und dann Mephisto ist es nicht. Wann kam denn Agatha in WandaVision? Also wann wussten wir, dass es Agatha All Along war? Welche Folge war das denn? Folge 1? Nein. Nein, okay, wenn wir es rausgefunden haben, das war die, wie viele hatten wir, neun Episoden? Das war die siebte oder so, ne? Ja, ich glaube schon. Hätte ich jetzt auch gesagt, sechste oder siebte. Also da kam der Twist so in der siebten Episode, genau. Ja, sowas in den Dreh. Ja, okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, packen wir für heute mal unser Loki-Schifflein zusammen. Wir hören uns dann wieder am 15.07. um 21 Uhr, wenn wir dann die letzten beiden Folgen 5 und 6 von Loki besprechen. Und vielleicht auch noch eben diese Simpsons-Episode dazu on top als kleines Schmankerl setzen. Ihr könnt bis dahin uns natürlich eine E-Mail schreiben an info-at-nerdizismus.de. Ihr könnt eine WhatsApp oder bitte doch für den Michael endlich mal eine Sprachnachricht an die 0155. Ich könnte auch dabei sagen, dass ihr die nicht abgespielt haben wollt. Ich will einfach nur eine Sprachnachricht mal haben. Ich schick dir eine, Michael, ich schick dir eine. Ich persönlich finde ja, Sprachnachrichten sind immer cringe, ne? Aber okay. Also gut, dann schick dir Michael nochmal eine Sprachnachricht an die 01525-964-7709. Und natürlich ist unser Discord-Channel immer eine gute Anlaufstelle. Nächsten Donnerstag gibt es auch wieder einen Stream. Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, was ich mache. Letzte Woche hatten wir ja alte Retro-Grams. Irgendwas fällt mir die Woche schon ein. Nächste Woche Donnerstag, 21 Uhr, machen wir auf jeden Fall irgendwie einen lockeren Stream. Mal gucken zu irgendwelchem Thema. Und wenn wir uns noch alle im Chat treffen und einfach ein bisschen plaudern. Und dann sehen wir uns aber am 15. wieder hier für Loki. Und bis dahin vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an den Chat. Vielen Dank natürlich auch an Papa, Basti und Family fürs Raiden. Und ja, in diesem Sinne, tut eine gute Tat und lasst uns doch mal eine Empfehlung da, eine Bewertung und so weiter. Und Limbeck, du hast eigentlich eine ganz gute Idee. Wir könnten ein bisschen über Bad Batch reden. Wenn das dann bis dahin schon vorbei ist, das weiß ich nicht genau. Sollte es das sein, ist das eigentlich gar nicht so eine dumme Idee. Wir könnten nächste Woche über Bad Batch reden. Also, in diesem Sinne, macht es Jort und bis die Tage. Tschüss. Tschüss. Tschau. Eine Produktion des Podcast Imperiums. Tschüss. Vielen Dank.